Ein Problem, das jeder kennt. Beim Bohren entsteht hässlicher Staub, der die Wohnung verschmutzt. Bohren auf Fliesen war bisher extrem schwierig, ohne dabei abzurutschen. Damit ist jetzt Schluss. Das TecMobil von Wolfkraft macht das Bohren einfach wie noch nie. Mit dem passgenauen Anschluss für jeden handelsüblichen Staubsauger bohren Sie wie ein Profi. Ganz ohne Staub. Dank des rutschfesten Gummifußpuffers ist es kinderleicht, perfekt gerade in die Fliesen zu bohren, ohne dabei abzurutschen. So macht das Bohren Spaß. Präzises Bohren im Winkel von minus 45 bis plus 45 Grad. Dank der Säulenführung des TecMobil kein Problem. Bohren Sie nie mehr zu tief. Der Tiefenstopp des TecMobil ist mit einem Handgriff eingestellt und verhindert so unkontrolliertes Bohren. TecMobil ermöglicht exakte, mittige Bohrungen auf Stirnseiten, dank der selbstzentrierenden Grundplatte. Die integrierte V-Nut gestattet ebenso mittiges Bohren in Rundmaterial. Und mit dem Bohrermagazin im Handgriff haben Sie Ihre wichtigsten Bohrer dabei. TecMobil – die Bohrhilfe für jeden Haushalt von Wolfkraft.